Liebe, Leben und Tod liegen bekanntermaßen eng beisammen, auch hier im Merseburger Dom. Der ist übrigens 1000 Jahre alt. Wenn du reingehst, wird es erstmal klassisch, mit einem großen Kirchenschiff, einer prunkvollen Orgel, Stichwort Ladegast, und dem Sohn Gottes am Kreuz. Ein bisschen ruhiger und ein bisschen weltlicher geht es im Innenhof bzw. im Kreuzgang zu. Aber dann kommen die eigentlichen Highlights. Bleib dran! Dann, quasi unten im Keller liegen die berühmten Merseburger Zaubersprüche. Kurz gesagt, es geht um Befreiung und Heilung. Mit kaputtem Rücken steuere ich das nächste Highlight an. Die Merseburger Raben. Der Legende nach sollen sie damals einen goldenen Ring gestohlen haben. Und sie gelten heute als Wahrzeichen. Viel Spaß im Dom!